Viel nackte Männerhaut gibt's da bei einer neuen französischen Serie auf Amazon Prime, die heißt auch Escort Boys. Es geht um vier Männer, die dringend Geld brauchen, um den Imkerhof ihrer Kindheit zu retten. Drum starten sie unter Anleitung ihrer kleinen Schwester Charlie an Escort-Service, sprich sie verkaufen ihren Körper. Wollt ihr mich verarschen? Ihr werdet bereit, wie die Chippendales zu tanzen und blank zu ziehen? Wenn ich nur tanzen muss, klar. Wie bitte, seid ihr verrückt geworden? Wir sind vor allem Pleitemann. Escort Boys auf Amazon Prime ist eine sympathische französische Serie. Magic Mike auf Französisch, aber richtig gut gemacht auch. Kriegt von uns acht von zehn Couch-Punkten.